Hallo! Hallo! Schön, dass ihr uns gefunden habt. Hinter unserem Namen Puzzeln den Pessimisten steckt ein wohlüberlegtes Konzept. Während wir die Folgen aufnehmen, puzzeln wir ein mehr oder weniger thematisch passendes Puzzle. Grundsätzlich seid ihr bei uns gut aufgehoben, wenn ihr auch kein Fan von toxischer Positivität seid und oder Spaß am Puzzlen habt. Und ganz wichtig, alles was ihr hier hört ist in erster Linie irrelevant und verfolgt keinen wirklichen Bildungsauftrag. Und jetzt viel Spaß beim Hören und beste Grüße!